Heute bei Meckes Das hat mich zu aufgeregt Ne, die Döner bei Meckes sind ekelhaft Ach du Scheiße, was ist das denn? Ey, die haben ja diese Kiosk-Systeme Die Kiosk-Systeme Die Kiosk-Systeme sind ja auch ganz cool und so Und ich wollte einfach nur Coupon, zwei Chickenburger Für zwei Euro Wollte ich mir holen So, wollte ich an der Kasse gehen und halt zwei Euro so auf die Hand drücken Ne, wir können nur am Kiosk Geh ich so, guck ich Von den vier Kiosk-Systemen sind nur zwei Funktionstüchtig, da stehen Schlangen vor Ich muss die ganze Zeit warten Geh dran, find diese Scheiß-Option nicht Um einen Coupon einzulösen, weil sie dieses System geändert haben Geh ich die ganzen Module durch Da kick ich auf Allergien Das schmiert mir das Scheiß-Ding ab Jetzt ist es nur noch eins von vier Kiosk-Systemen, die funktionieren Oh oh Äh, habt ihr Skins für die Waffen? Ich hab meine Plastik, hab keine Waffe mehr Den Fehler hatte ich bei Spike Rush letztens Okay Pusche, flashe Durch Hier ist jemand Nice Da ist es Rechts, 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 rechts oben Oh wow WTF Okay, keine Heilung für euch Blenden Äh, ein Short-Push Machen wir die Tür kaputt Scheißer Short Rauch ist raus Ein Gegner ist weg Schön, letzter war Short Ist jetzt Heaven hochgegangen? Wahrscheinlich Ja Oh Oh Doppel Headshot Schön Äh Hallo und Willkommen bei dem Video Oder hast du jetzt nicht aufgenommen wegen meinem Rant? Äh Doch, habe ich Gut Da war kein Rant Nein, nein, sonst verklagt uns noch McDonalds Dann kann ich den nächsten Rant Äh Den lass ich drin, der ist ja witzig Echt, dann kann ich ja noch zu Ende erzählen So, da war nur noch ein von Kiosk System, äh, Funktionen durch dich Geh ich an die letzte, an das letzte Kiosk System Wollte mich halt anmelden, weil es gibt ja dieses System inzwischen bei Subway, dass du Punkte kriegst und sowas Ja Will ich mich anmelden? Sie sind bereits an einem anderen Kiosk System angemeldet Und dann kannst du nichts machen Wow Und dann konnte ich meinen scheiß Coupon nicht einlösen Ich musste einen schicken Burger, musste ich einzeln kaufen Weißt du, wie teuer die inzwischen sind? Oh ja 1,70 Euro Übel Ich glaube, die ist Burger auch so 1,60 Ja Hier war einer Heilst du mich Achst du mich Puffer Oh Gott Lade nach Zwei platzieren Mach mal die Tür zu genau Vorsichtig Guck mal Das war Lippe nicht gewinnt Ich hab verkackt Ah, zwei Shots Oh man, sie hat doch nur geslown Ja ja auch, immer ein Arsch Ja, und dann hat sie halt so gewackelt dadurch Lade nach Die beiden waren short Einer hilft Hier Ey, such mal, dass du dich bist Einen Gegner über Da ist auf jeden Fall die Turret getroffen Heaven Na ja, ich glaub sie doch erzeugen Wieso krieg ich dafür ein? Achso, weil ich dich gehalten habe So, McDonalds, send me free stuff Du brauchst die goldene Karte Soll ich ne Karte? Verschädigung So, wie viel Gammelwaffen haben wir? Zwei Dann spiel ich Guardian Hallo, das ist keine Gammelwaffe, was ich hier hab Wenn man damit gut spielen kann Nee, aber du bist ein Gammelspieler Nichtig Hallo? Hallo? Aber im Gegensatz zu dir Kevin, bin ich nicht zweimal gestorben Ich heile dafür, ich opfere mich fürs Team Will ich jetzt auch sagen Oben und links in der Ecke Warum smoken die sich denn selber Mitte zu? Und das gibt uns doch voll viel Boah Short wurde abgeschmuckert Rechts Boah, Klaus Ich wollte gerade kommen und nur durchheilen Von hinten Ich treffe nichts Einen Treffer nur Ich hab keinen Das war kacke Ich sollte sprayen und nicht Pew Pew So, können wir noch? Spray mit Guardian Ja, ich sollte sprayen und nicht Pew Pewen Aber ich Deswegen nehm ich jetzt Die da Guardian Schnell? Mit Smokes oder einem? Seh zu und Lärm Ich kann aber mit dem Fuchs voraus go Close, link, äh Zwei Stück Auaaa Auaaa Mano Mission abbrechen oder wollt ihr noch? Ich hab quasi, ich bin tot Lade nach Bleibt hier defensiv stehen, wenn ihr B gehen wollt Seht nichts aus, als ob wir das nicht sind Okay Nichts geblendet Oh, danke Oh, danke Du überlebst jetzt mit 10 AP, das ist Battle Wollen wir vielleicht doch einfach? Weh? Hier ist niemand Oh, diese scheiß Tourette, ey Ach, jetzt geht ihr doch Okay Ach, rechte Ecke Ich bin einfach durch die Wand durch bei dieser Mine gestorben Mark it Ich hab noch die Tür hingekriegt Noch 30 Sekunden, letzter lebender Verbündeter Bitte ulten Ja, die ziltert genauso wie ich Wieso sollte sie ulten? Weil sie nicht randoms ulten, aber wenns Wenns dumm ist Sag mir wo sie sind, Cypher Ich erledige den Rest A Ich spare noch Ich spare noch We should have rotated Na, sag doch doch Hat er vielleicht Also ich hab, wie immer weiß ich hinaus Hat er nicht Ne, das kann man immer am besten erst danach sagen Weil dann weiß man, dass es nicht funktioniert Ja, kaufen wir jetzt oder nicht? Nein Ich hab kein Geld, was soll ich kaufen? Falsch bei euch Hufft er Was ist denn falsch bei euch? Hahahaha Ach, da ist wer Ich hab ihn nicht nur noch mal gesehen Was ist denn falsch bei dir Flo? Weiß ich nicht Hahahaha Den Mann war da gerade oder nicht? Ja, okay, klar Trump war hier Freischlipp hier Freischlipp hier Freischlipp hier Oh Mann, helflipp Ahhhh C-A-Volt Achso, wir gehen Ich hab eigentlich hinten abgelegt Wo schon gerade? Ah Verfolgungsgrad, ne? Ja, dann renn doch weg mit Messer anstatt zu schleichen Falco, flieg! Geblendet! Ich hab da was geblendet im Mittag Okay Cool Ja, los geh! Schnell, schnell, schnell! Mann, ich will eine Smoke machen, ne? Los, 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 los! Die sind doch noch nicht da! Ich dachte, das war so was Oh, ja, Fuß Letzter Leben der Verbündeter Lad doch nach, Junge! Was ist mit dir? Immer ein Bombe-Gedägenkreis Knapp Wenn die Bombe jetzt 26 Sekunden hab ich gefunden, hätten wir gewonnen Dort gibt es nicht ein Leben, das jetzt zu retten lohnt Sollen wir bitte machen jetzt? Oh, da fliegt ein Papier Oh ja So, jetzt hab ich mal ne Spray-Waffe, jetzt geht's ab Jetzt mach ich mal nen ersten Kill Unterwegs, unterwegs! Hier! Do it! Na gut! Also Mitte scheint am besten zu sein, weil die sich gegenseitig absmoken Äh, weil die sich selbst absmoken, so Also jetzt Mitte A oder Mitte B? Erstmal Mitte und dann gucken wir weiter Mitte Mitte, Mitte Ich bin reingelaufen! Ich hab doch schon nen Käfig gemacht Ich hab doch schon nen Käfig gemacht Das macht Was machst du denn? Wir verstehen uns Wir gehen jetzt wieder zurück Du hast du scheiß Eisbahnen Das ist kacke Pass auf, die Jets steht da jetzt gleich für die Operator Ja, natürlich steht hier irgendwo Wow Oh geil hinterhergezogen Beste Aim! Also heute sind wir aber alle nicht gut drauf, kann das sein? Ja Ja, danke McDonalds Ich darf nicht lange fortfahren Beenden wir das schnell Ist so So, jetzt einfach mal richtig mit auf A und nicht Aber da ist die Wand, die muss ich direkt machen Ja, dann mach die Wand da weg Ja, die können wir doch sofort kaputt machen Ich mag ja nur Let's rush A Siehste? Sogar er will das Komm, lass alle 5 gleichzeitig ulten Ja Ja Kannst du erst wenn ich killlock Aber ja Ich will erst das Mungs machen Dann könnt ihr ulten Oder dann ulten Du soll von hinten sein Ja Im Anmarsch Go, 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 go! Schnell, schnell, schnell! Weiter, weiter, weiter! Los, los, los! Los, los, los! Weiter, weiter, weiter! Flash geht raus! Go, go, go! Einfach rein! Einfach weiter! Ich seh ja nix! Hallo, Weltuntergang Wer hat denn die Bombe? Omen, omen, omen! Bist da! Ich glaub mich da oben die Bombe hat Ich glaub mich da oben die Bombe hat Killjoy ist beim Fenster Oh Die Bombe hat was gebracht Welche? Die Bombe hat was gebracht? Welche? Ah nein. Ah no! Also die Jet ist irgendwie mal da, wo wir pushen, kann das sein? Ich brauch das. Oh, mit der Willow müssen wir uns aber beeilen jetzt hier. Zieht doch mal die Spendierhosen an. Danke, Alter. Ja geil, erstmal wieder pipiun. Flo, kaufst du? Oh, ich weiß. Kauf dem anderen mal was! Dankeschön. War im Handy. Scheiße. Gen Z hier. Ja. Ja. Ach Gott, Kevin Andrew. Ich war aber auch so full. Du hast ihn doch, du hast ihn doch! Ist doch alles super! Ich weiß ich schon nicht, ich war full. Du hast ihn! Ihr könnt Mitte gehen, hier ist nichts. Doch, hier Pizza! Zwei Stück sind, zwei Stück sind dort. Das heißt, es sind noch ein oder so A und dann können wir einfach... Okay. Wow, nice. Wir gehen über Spawn einfach, Chris. Ja. Ich halte mal CT und so. Kann man die Wand runter machen? Achso, das ist... Geht in Deckung! Ich hab noch frei und so, ne? Äh, die Race ist durch. Ja. Hab schon geplanted? Oh shit! Ja, ja, wir legen... Ähm, ja. Die Fusen schon! Ja, ich guck mich durch! Headshot! Sage! Ey, scheiße! Das war bitter! Warum sind wir denn so schnell drauf gewesen auf einmal? Sind alle tot! Ich dachte wir rotieren A und plötzlich sind wir auf B drauf! Kommunikation ist alles! Ey, what? Warum wollten wir denn eine A notieren? Als... Ich... Satt halb zwei Mittel? Dann lass uns doch A gehen! Und dann dachte ich, du kriegst du es hinter mir, gehen wir A und plötzlich seid ihr auf B! Ich hab die Mom-Bandy, die hat immer die scheiß Viper! Ach! Ach! Wir fahren gut auf den Punkt drauf! Ja, das hab ich ja... Warum hat ihr nicht geblendet, wenn's da ist? Äh, die haben grad gelegt und dann... Äh, ja... Kam ne... Kam ne Dings-Ulti! Ist wieder was geblendet, da geh ich nicht kopf! Okay! Eines auf dem Spot! Nehme in die Sicht! Wollen wir einen? Steht weg hier! Wow, Cheater! Oh, was geht denn hier?! Oh, oh! Oh, okay, noch mal der Leister! Unter dem innen bei B drin noch! Also, ich würd besser abhauen! Äh, CT und Market! Nice! CT! Der müsste low sein! Ach so, das war's! Ich habe den Spike aufgenommen! Was hier... Ich habe den Spike platziert! Kamera ausgeschaltet! Du hast Zeit. Okay, nice. Ja, wenn er nachlädt. Schön gemacht. Schau ihnen in die Augen, wenn du sie tötest. Dankeschön. Nee. Nein. Immerhin geht man Assist-Style. Und das ist in Runde 9. Jede Runde ein Assist. Das wird noch 20. Was war mein Rekord mit Assist? 31? Ich glaube, ich hätt es uns gesehen. 100. Nee, ich mein es war irgendwas mit 30 tatsächlich. Nichts geblendet. Na, euch aber. Ich sehe nichts. Jemand ist in Mitte. Kommt ihr da durch? Ich kann flashen, du kannst ja dein Auge machen. Boah, das ist... Ah! Boah. Scheiße. Aua. Er hat schlechte Laune bekommen, dann erschrocken. Danke. Wir sollten gehen, oder? Ja, ich mach ne Smoke, das machen wir hier. Ja, auch im Anmarsch. Mitte ist abgewollt. Wollen wir über Shot nochmal nach A, oder? Jo. Oh, Big Brainer, Kevin. Oh, fuck. Da steht jemand. Wieso bleiben die denn dort? Oh, big Brainer. Machst du aber jetzt noch 15. Fuck, die Tür dazu! Oh, Calvin ist ein Drächer. Oh. 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 Letzter lebender Verbündeten. Zwei helfen. Nein! Lauf. Da wird es aber einer wissen. Ja. Oh, nichts. Die Komme. Ah, ja, okay. Was ist das denn? Oh. Wieso ist der denn gesprungen wie so'n Stück Scheiße? Naja, weil du gelaufen bist, das will. Wir sind ja einfach nichts machen, als du da oben unterlässt. Das ist geil. Das ist geil. Einfach bis mir und noch ein bisschen. Oh. Oh, jetzt hab ich wegen Geld mehr. Bastard, weh. Lass mal bläh gehen, bläh, funktioniert hier nicht besser. Echt? Vielleicht. Eigentlich vielleicht. Ja, oder? Ne. Ich kann nächste Runde noch. Achso. Gut, vielleicht kleine Rüstung. Da mach ich ne kleine Rüstung. Ach, ich mach gar keine Rüstung. Ich spare einer. Obwohl, kann mir einer nisch. Ne. Achso, der wollte. Achso, ja, das ist natürlich all lucky jetzt für ihn, ne? Blended. Hier, hier, hier. Aua. Ah, oben steht da. Oh. Weg. Nein, oder rein. Oh. Oh. Ich treffe einfach nichts. Was geht denn ab, ey? Ey, ist er zerstört. Ich stehe da nicht. Das klappt bestimmt. Oh Mann. Oh, so ein Arsch. Letzte Runde vor dem Wechsel. Oh. Hab ich da gesehen? Vertrasst euer Geld, als Gäbe es kein Morgen. Wer weiß, ob ihr über... Na denn. Oh, er ultet auch mal. Oh. Na gut. So was kann der? Was? Verhält das denn nicht gemeint. Wir sind dran. Flash einmal. Also, wir können schon vorlaufen. Nichts geblendet. Heute ist wieder gesmacht. Oh Mann. Wow, ich stehe auch mal so ein Arsch. Lass mich mit dem Wolf durch. Ich bin Plus, doch. Stimpack hier. Ich glaube, in der Ecke hin. Oben, hochgedasht. Nein. Das sind euch. Letzter lebender Verbündeter. Spike in Arsch. Hinter dir. Nicht nur hinter mir. Ach, vor mir. Die Porte ist in dem Moment kaputt gegangen. Ich habe gerade... Die benutzen viel zu viele Utilities. Jo. Das war's. Das ist die Defense-Math. Das ist, glaube ich, sogar wirklich. Keine Ahnung. Okay, Fullstack B. Oh Mann, das ist ja. Nee, nee, nee. Ich stehe neben dir. Ah, ja, okay. Fast Full. Drei. Okay, drei sind zu viel. Soll ich vielleicht A machen? Weil, wegen Fallen. Zu spät. Wie, kannst du da auch machen, aber... Ja, aber wir haben ja schon eine Viper hier mit Fallen. Was macht die Viper bei dir? Die soll ich mal verpissen? Ja, komm, wir können gleich wechseln. Wir können gleich wechseln. Böde. Hier, 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 hier. Ja, ich habe nichts geblendet. Und, deswegen bist du da. Genau. Erhelfen wir mal im Arsch. Noch nicht, aber da sind für viele. Ah, neben mir. Direkt an der Small. Und Fall. Ich habe niemanden getroffen. Zurück. Erledigt. Ein Gegner ist... Nein. Herrschön. Spike platziert. Nein. Herrschön. Jetzt kommt die Diel. Das Auto war auch nur eine Classic. Warte, hier. Oh, scheiße, wo ist es gekommen? Es bricht ab. Ich möchte die andere, bitte. Fang mir bloß nicht mit sowas an, Alter. Ich habe keinen eingesammelt. Ich weiß. Ladener. Okay. Er hat trotzdem Säune. Ich habe eine schönere gefunden. Hä, hier ist dein Bild drauf. Schöner geht es doch nicht. Ja. Wie wäre es für zwei Bilder von mir? Ja, ich habe Gis eingeholt. Oh, das ist büschig. Ach, ich fack, du bist hier. Ah, Chris ist rüber. Gut. Wir verstehen uns ohne Worte. Wenn du guckst, du CT da rein? Will ich eigentlich nicht, aber kann ich gerne machen. Ja, ich kann auch, dann guck ich, dann guck ich. Ah, ah, nee. Vergiss das. Die kommen hier, die kommen hier. Überlebt. Ich flash sie. Oh, mein Falco ist tot. Oh nein. Ja, ja auch. Immer ein Matsch. Okay, ich bin richtig jetzt am Arsch. Warte, von hinten, von hinten. Der ist durch. Wo? Nein, das AIM geht los. Warte, auf einmal stehen drei Leute da. Ich bin abgewollt. Ein Gegner übrig. Spike in A. Wir haben den Spike. Jade, are you fucking cringe? Ah, sie sind halt im Winter. Oh, wir haben eine. Spike ist hier. Ah, die ist auf einmal da. Ich wollte da hochgehen, weil ich wusste, dass die da herkommt. Was? Guardian, okay. Bleibt mal in Deckung. Bitte stirbt. Okay. Mach dich weg. Rechts in der, genau. Die ist noch eins. Ja, ja, ja. Danke, Chris. Ich hab sie angeschlossen. Ich bin gerade in Kauf. Vorhin hast du das Video gesehen, wo du mich gebatet hast. Und jetzt machst du das. Stirb mich, ich brauch dich als Bate. Geht's weg. Ah, Leute. Läuft bei uns. Soll ich jemanden brauchen? Operator. Nee, ihr habt selber. Ich komme mit dem Marshal. Ich muss ohne einen Operator haben. Oh Gott, willst du wirklich so viel Geld auf einmal verlieren? Ey, hallo. Ich hab gerade zwei Kills mit einem Operator gemacht. Irgendwie viele Runden? Einer. Glaube ich nicht. Videobeweis. Aus dem B. Ich hab ja nachher nachbucken. Äh, B. Vom B fliegen Sachen. Rauch ist raus. Ich geh rüber, Giz. Molly. Ich hab's nicht aufgehalten. Komm nicht mehr. Mitte was geblendet. Willst du weitergucken? Nö, aber... Ich bin abgesmoked. Vorsicht. Glaube ich nicht. Könnten... Gehen die rüber, oder? Ne, das ist wieder die Viperwand. Doch, guck mal hier, wer hier ist. Aber war nur Jettbio. Oh, einer war auf B. Spike hier. Nice. Bei Mitte, bei mir in der Ecke. 101. Sie gibt mir gestalten Headshot. Hälfte. Links. Race low. Ein Gegner übrig. Wettbewerb, Mitte. Mitte. Du darfst du Klaus bei dir sein, gehst. Spike in der Mitte. Ja. Hälfte. Letzter lebender Verbündeter. Oh Gott. Der, der, also, ich hab minus 100, der gemacht. Dann wurde sie geheilt. 40. Oh. Ne, geheilt konnte sie nicht. Sage war tot. 30 Sekunden. Dann hat sie 10 abweh. Vielleicht die mit der Smoke ab. Das geht ja nicht. Spike platziert. Die ist noch in der Ecke, oder nicht? Die ist noch im Matsch, irgendwo. Flieg, flieg, flieg. Ah, fuck, ich hab's nicht gewonnen. Fuck. Ach, Junge, ey. Geht doch mal los hier. Ah, sie ist gestalten. Nicht gleich aufgeben. Er ist ja bekannt dafür, ne? Ja. Ey, ich bin einfach siehst gestalten. Also noch so ein scheiß Headshot. Ich mach nächste Runde, nicht mehr mit. Du bist du belegst. Ich liebe dich. Okay, Boomer. So. Ich werde euch winkeln. Ah, ah, ah. Kriegt wir hier. So ein Mistkerl. Mitte kommt auch was. Oh, Mann. Die könnten rüber gehen. Oh, Granate. Ich bin aber bei mir hier. Bei A. Ja, zwei sind A. Vielleicht werfst du bei einer? Nee, ich will hoch. Oh, ich glaub, heaven ist einer. Ist ja bekannt. What? Okay. Ich glaub, ich selbst habe gewonnen. Hat die da hintergeplandert? Oh, shit. Da war auch nur einer über mir. Ich hab's gerade noch aus Augenblick gesehen. Überall. Überall. Oh, die Turret hat mir zwei Headshots gegeben. Oha. Was ist denn das für eine Turret? Aimbot. Oh, ich glaub, man braucht noch eine Mitte, ey. Wo dann die einer kommt. Kenn ich. Willst du tauschen? Nee, ja, ja. Wer bist denn du? Wer hat das gesagt? Walla. B hat das gesagt. Sehr nett. Sehr verbunden. Es fliegt ganz viel von mir kurz. What the fuck? Da stehen drei von B zu Mitte und haben mir alles eingedrückt. B-Mails sind auch welche. Ich bin quasi tot. B-O-A. Oha. 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 Stehle die Sicht. Markit. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Öffnen. Wir sind da zu dritt. Ray drin. Durch. Letzter lebender Verbündeter. Ray's headshot 140. Alle on-site. 60. 60. Ich hätte eine Sekunde früher da sein müssen, dann hätte ich sie früher kriegen können. 615. Geil. 915. Wir bewegen uns als eine Einheit, ja? Denkt nicht mal dran, den Helden zu machen. Das ist Geass mit umgekannten G. Hm. Ah. Oh. Echo wieder. Ach so, dass du nicht so rumlaufen kannst. Ja. Danach müssen wir halt nur noch gewinnen. Ja. Dürfen wir nur noch gewinnen. Wird Zeit, mein Rudel zu rufen. Ich piek nicht mehr Mitte, also... Das, was die mir gerade reingedrückt haben, das war ja Aua. Ah, ganz viel. Also ich würde besser abhauen. Hör auf, im Anmarsch. Fuck. Hab einen. Ah, Jet Close. Ich bin behindert. Ich bin behindert. Ah, unrechtlich, Jet. Oh, Slay. Kommt. Ja. Das war's. Brace Dune. Wuff, wuff. Matchpunkt. Ich hab's gewusst. Meine Knie kann ich danach wegschmeißen. So, Zeit für die Gist-Taktik. Auf, Geg. Nein, Odin. Odin durchwand. Bei Gist klappt das immer. Ich will auch, dass das bei mir klappt. Wie zielst du immer, Gist? Zielst du auf diesen komischen Hund? Auf die Gegner. Äh, du zielst da hin. Okay. Geil. Ich glaub so weh. Ich hab verkackt. Sie kommen. Wir werden sich freuen. Geht in Deckung. Oh, nein. Rauch ist raus. Drauf? Ja. Weg vom Fleck. Ne. War nur eine. Die Gist, zwei. Noch zwei. Spike in Mitte. Ein Gegner übrig. Jetzt das auch hier. Geht nach. Geht nach. Nice. Bingo. Ja, klopp du. Hat kein Problem. Danke, Gist. Verstrich. So, wieviel. Levit hast du gemacht durch die Wand? Sag Bescheid, wenn ihr Heilung bracht. Ey, 16 war noch nicht. Ich hab... Hey, 16 war noch nicht. Wir sind überzielen dann. Ich sag dich. Ich muss mir nochmal, äh... Ja. Tipps holen von dir. Dem Meister des... Wallbangs. Na ja, da wo halt der Punkt ist, bloß ein kleines bisschen höher. Vielleicht war das das Problem. Ich glaub, die pushen jetzt wieder schon... Oh, sie ist auch schon hier. Dann geh ich mit. Irgendwas mit Mitte drin, ne? Wahrscheinlich kommt mehr aus. Wow. Ne, war keiner. Mitte, doch. Fick dich. Mindestens zwei, drei hier. Ja, klar. Ich weiß nicht. Wieso kommt ihr denn einfach durch? Letzter neben der Verbündeter. Saving. Klatsch or Kick. Steig platzieren. Stimpack benutzen. Dann... machst du alles weg. Stimpack hier. Scheiß auf Eiswand. Brrrrrrrrrrrrrrrr. Ohhhhhhh. War das dumm. Das noch... Smokes. Wer war Smokes, wenn er... MG hat? Oh. Wir haben auch welche Angreifer gewinnen Du Hund Ich Wuff wuff Ja, ist vormatched Jo, aber ich muss jetzt leider los Ich kann nicht los Yay, Popcorn Okay